Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz hier die Antwort von Zemex an. Da bin ich wirklich mal gespannt, Leute, wie er jetzt hier rechtfertigen möchte, was hier an der Stelle dann tatsächlich gestern wohl schiefgelaufen ist. Ganz wichtig, er hat hier auch ganz klar nach Relevanz sortiert. Da komme ich leider zuletzt. Ein bisschen schmerzhaft, aber okay. Ähm, ja, Digga, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Und, ähm, ja. Ich nehme an, wir schauen uns ein weiteres YouTube-YouTuber-Entschuldigungsvideo an. Ich meine, warum eigentlich nicht, oder? Warum eigentlich nicht? Nein, ich habe, ich habe, Digga, Drip-Check, fettes Pflaster hier, Digga. Deutschland-Pflaster. Ich bin so deutsch, ich habe ein Deutschland-Pflaster. So, let's go, Alter, auf geht's. Gestern den größten Fehler meines Lebens gemacht. Und während ich diesen Fehler gemacht habe, ist es mir gar nicht aufgefallen, was ich da überhaupt gerade mache. Und bevor ich überhaupt über dieses gesamte Video, was ich gestern hochgeladen habe, was ich wirklich komplett bereue, rede, wollte ich mich erstmal bei meiner gesamten Community und bei jedem einzelnen Menschen, der sich dieses Video überhaupt anschauen musste. Ja, an der Stelle fehlte dann wohl einfach mal ganz kurz das Wort entschuldigen. Also es ist der größte Fehler in seinem ganzen Leben. Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Kanal von dem Bro auseinandergesetzt und wie soll ich sagen, da waren sehr, sehr viele Sachen, die fraglich waren, die aussahen nach Fake-Content, die so aussahen, als wären das Dinge, die nicht hundertprozentig der Wahrheit entsprechen. Jetzt hat er gestern noch folgenden Move gemacht und hat gesagt, nee, nee, Big Brain, das ist alles nur fiktiv. Das ist alles nur fiktiv und dient der Unterhaltung. Luck, du bist nicht Steven Spielberg und du drehst hier keinen Film. Ganz wichtig an der Stelle. Du verkaufst da etwas als echt, was nicht echt ist, okay? Da kannst du dich auch nicht mit fiktiven Geschichten und Unterhaltung herausreden an der Stelle. So. Ihr müsst euch vorstellen, die Sache ist, ich mache schon seit über einem Jahr Unterhaltungsvideos. Unterhaltungsvideos? Ich würde sagen, es sind größtenteils Fake-Videos, die in Fortnite stattfinden. So habe ich das zumindest aus deinem Kanal rausziehen können. Und im Großteil muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich nehme an, deine Community ist etwas jünger, solange sie das unterhält. Ja, schwierig zu verargumentieren. Ich bin immer der Meinung, Bro, dass Dinge, die halt so echt dargestellt werden und dann trotzdem von hinten rum nicht echt sind, einfach keine Unterhaltungsvideos, sondern einfach Fake-Shit ist, ne? Was sind Unterhaltungsvideos? Leute spielen quasi, es ist wie GTA-Roleplay, nur in... Ah ja, jetzt vergleicht er das hier mit... Äh, Gigant, du warst doch gerade auch... Du warst doch gerade auch hier ganz kurz im Chat. Würdest du sagen, dass das, was der gestern... Würdest du sagen, dass das, was der gestern gemacht hat, würdest du sagen, das ist wie GTA-Roleplay? Also ich würde schon sagen, das ist wie GTA-Roleplay. Das ist, das ist... Es ist wie GTA-Roleplay. Es ist wie... Es ist GTA-Roleplay. Fortnite und etwas überspitzter und manche nennen es auch Fake-Videos. Du würdest das natürlich dir selber nicht eingestehen. Du würdest das... Also ich meine, schau mal, wenn ich Who's Your Daddy in Fortnite spiele und drei andere YouTuber meine Söhne sind, ja? Dann ist erkennbar, dass diese Leute diese Rolle spielen. Bei dir ist das aber nicht erkennbar, weil du suggerierst, dass das Ganze echt ist. Deshalb ist es ein Fake. Die klare Abgrenzung von Fiktion und Wirklichkeit fehlt nämlich bei dir. Du hast kein Intro, wo gesagt wird, sämtliche Dinge, die jetzt kommen, sind fiktive Erfindung, blablabla. Nein, Digga. Nein, das ist falsch. Müsst ihr euch vorstellen. Und genau so ein Video habe ich über das Corona-Thema gemacht, nur komplett halt überspitzt. Komplett überspitzt und reingeschissen? Komplett cringe und einfach ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Komplett übertrieben. Und ich habe mir halt gedacht, so, die Leute werden das checken, die Leute wissen. Die Leute werden das checken. Du gehst da mit der Annahme her. Also schau mal, du hast es nicht so dargestellt, als könnte man das checken. Du hast es so dargestellt, als wäre es echt. Und bevor Stani, Monto und ich darauf aufmerksam gemacht haben, hatte dein Video 28.000 Likes. Weil du eine junge Community hast, die sowas glaubt. Du hast suggeriert, dass das Ganze echt ist. Du hast nicht gedacht, dass die Leute das checken. Dir war bewusst, dass die Leute das nicht verstehen, weil die Leute etwas jünger sind und da eventuell logische Denkweisen noch nicht ganz so ausgeprägt sind, wie bei älteren Leuten, was vollkommen normal ist, was nun mal der Entwicklung geschuldet ist. Das gehört dazu. Also, ähm, du hast nicht gesagt, du hast nicht von vornherein gedacht, dass die Leute das checken. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Das kannst du hier nicht ehrlich behaupten. Du hast von vornherein nicht gedacht, dass die Leute das checken. Dass deine Videos zur Unterhaltung dienen, so war es auch. Bei meinem Video hatte am Anfang, nach ein paar Stunden, war direkt Platz 1 in den Trends, hatte 23.000 Likes. Ja, weil du dazu aufgerufen hast, Digga. Zu 1.000 Dislikes. Wenn ihr mir nicht glaubt, YVD hat eine Story gemacht. Hier kann man es nochmal sehen. Wieso fleckst du denn jetzt damit? Wieso fleckst du denn jetzt damit, dass du es geschafft hast, 26.000 Leute zu verarschen? Das verstehe ich nicht. Warum ist das denn... Das ist doch kein Drip, Digga. Das ist doch kein Drip. Das fokussiert jetzt. Hier 23.000 Likes. YVD den Dislike gegeben. Oh, 1.000 Dislikes. Zu dem Zeitpunkt hat das Video so gut wie gar keinen Hate bekommen, müsst ihr euch vorstellen. Ja, weil deine Community es nicht... Weil deine Community es gekauft hat. Weil sie es geglaubt hat. Weil deine Community noch jung ist und nicht versteht, dass das, was du da verkaufst, Fiktion ist. Dann kamen aber paar Storys von YouTubern. Dann hatte das Video ihre 3.000 bis 5.000 Dislikes, glaube ich. Und 25.000 Likes. Dann kam noch das Reaction-Video von Revi dazu. Und ich will damit nicht sagen, dass diese Dislikes nur kommen, weil die großen YouTuber drauf reagiert haben. Doch, die Dislikes kommen, weil wir darauf Aufmerksam gemacht haben. Weil wir darauf Aufmerksam gemacht haben, dass du da eine moralische Grenze überschritten hast, die nicht in Ordnung ist. Deshalb kommen diese Dislikes, weil der große Kosmos jetzt davon mitbekommen hat und du Scheiße gebaut hast. Und du entschuldigst dich auch by the way wahrscheinlich nur, weil du in der Position bist, dich zu entschuldigen. Wäre das Ganze jetzt in deiner Community geblieben, ja, und hätte das keiner mitbekommen, dann wäre dein Video mit 30.000 Likes zu 1.000 Dislikes durchgerauscht. Du hast da deine 400.000 Views mitgefarmt. Alles entspannt. Alles entspannt. Aber du hast da leider nicht damit gerechnet, dass sehr viele Leute über deine Community hinaus darauf aufmerksam werden. Und deshalb musst du dich jetzt entschuldigen. Ich finde es sogar gut, dass die großen YouTuber drauf reagiert haben. Zum Beispiel auch ein Monter hat eine Story gemacht und jetzt hat das Video mittlerweile 50.000 Dislikes. Und falls ihr euch fragt, wieso... Das Video hat gar keine Dislikes. Du hattest zwischenzeitlich die Bewertungen sogar aus. Du hattest die Bewertungen zwischenzeitlich aus. Du hattest die Bewertungen sogar zwischenzeitlich ausgemacht. Das sieht man sogar in meiner Story. Du hattest die Bewertungen aus und die Kommentare. Die Kommentare, das kann ich zum Glück nachvollziehen. Da sind sehr viele Sachen dabei, die nicht in Ordnung sind, die unter die Gürtellinie gehen. Da wird es wieder ganz schön schnell in irgendeiner Art und Weise rassistisch, was ich vollkommen unterstütze. Aber du hattest die Bewertungen sogar zwischenzeitlich aus. Du hattest die Bewertungen aus. Du hattest die zwischenzeitlich ausgemacht, Digga. Nimmst du das Video eigentlich nicht runter? Standardskill meinte auch zu mir, nimm das Video runter. Aber dann wäre ich erstens kritikunfähig, würde nicht zu meinen Fehlern stehen und würde einfach versuchen, irgendetwas zu vertuschen. Gut, vertuschen kannst du es jetzt eh nicht mehr. Wenn du es jetzt runtergenommen hättest, hättest du dir damit noch weiter ins Fleisch geschnitten und deine eigene Scheiße. Also, das Ding ist, dass durch das Löschen eines Videos, was Backlash bekommt, und du das Ganze noch schlimmer machst, Digga. Das machst du noch schlimmer. Weißt du, was ich meine? Für die Leute, die sagen, du bist geldgeil, deswegen lass du das Video drin. Also, hab ich gesagt, da wird es rassistisch, was ich unterstütze. Um Gottes Willen. Nein, das unterstütze ich natürlich nicht. Um Gottes Willen. Was ich nachvollziehen kann. Um Gottes Willen unterstütze ich kein Rassismus. What the fuck? Sorry, da hab ich mich gerade versprochen. Danke, dass ich mich drauf hinweist, Chad. What the fuck? Nein, 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 nein. Dekin, Digga. Stellt das hier mal richtig, Alter. What the fuck? Schaut mal, das Video ist einfach komplett gelb. Hat sich da gerade Klopapier gespiegelt in seinem Video? Ist einfach... Ist das Klopapier hier? Ist das hier... Ist das Klopapier? Komplett gelb. Also, ich hab nur mal einen Cent mit diesem Video verdient. Ist auch gelogen. Nur weil ein Video eine gelbe Monetarisierung hat, heißt das nicht, dass du damit weniger... Dass du damit gar kein Geld verdienst. Wir haben gerade übrigens 1.111.111 Follower gehabt. Grüße gehen raus an meine Community. Wenn ihr hier mal ganz kurz auf Folgen drücken wollt, macht das gerne. Ein gelbes Video ist nicht zwangsläufig nicht monetarisiert. Ein rotes Video bekommt keine Werbung. Es gibt drei Stufen. Es gibt einmal tatsächlich folgendes. Es gibt einmal eine grüne Monetarisierung. Da werden sämtliche Werbepartner drauf geschaltet. Ja. Auch, ähm, Werbung, die eventuell in Kindern targetiert ist und so weiter und so fort. Gelb heißt eingeschränkte Werbung. Nur ausgewählte Partner, die sich zu dieser Zielgruppe zuordnen, kriegen da ihre Werbung geschaltet und es wird weniger geschaltet. Ergo, man verdient mit dem Video weniger und rot heißt, es wird gar keine Werbung geschaltet. Geschalten. So. Und du hast dein Video gelb monetarisiert. Das heißt, du hast gelogen. Schon wieder. Du verdienst damit Geld, mein Bruder. Schau mal, warte, fokussier doch bitte. Das heißt nicht, weißt du, warum das Ding gelb geworden ist? Weil Corona im Titel steht. Ich hab auch ein Video vor zwei Wochen gemacht, wo ich Corona gebaitet hab und gesagt, ich hab Host, das hab ich gespielt, denkst, Krankenhau-Simulator und hab gesagt, wir entwickeln einen Impfstoff gegen Corona. Nee, gar nicht, gar nicht. Wir entwickeln, wir bauen ein Krankenhaus gegen den Virus. Irgendwie sowas. Da stand Corona auf dem Thumbnail. Irgendwie sowas drauf. So. Und das war auch gelb. Trotzdem hab ich damit Geld verdient. YouTube entmonetarisiert nicht Sachen zwangsläufig, die die Titel Corona in dem Kontext haben, sondern schaltet eingeschränkte Werbung vorläufig, bis sich herausstellt, ob das Video in einem wissenschaftlichen oder redaktionellen Kontext zum Thema steht. Hier, seht ihr das? Seht ihr das hier? Warte. Und Corona ist jetzt übrigens auch mit, ist das jetzt mittlerweile mit einem O geschrieben oder ist das immer noch eine Null hier? Ich kann es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ist das ein O oder eine Null? Gestern war es eine Null. Ich glaube mittlerweile von der Schwungform her sieht es aus wie eine Null immer noch, oder? Immer noch Null, ja. Sieht man das hier? Hier ist ein gelbes Zeichen. Das Video ist gelb. Also ich hab mit dem Video fast gar nichts verdient. Also eben war es kein Cent. Jetzt steht da fast gar nichts. Jetzt steht da sogar Prank im Titel. Sehr gut. Also der Punkt, dass ich geldgeil bin und deswegen das Video drin gelassen hab, stimmt schon mal gar nicht. Ja Bro, aber ich mein, du nimmst das nicht runter, weil sonst noch mal noch mehr Hate auf dich einprasselt. Was ich verstehe. Also meine Unterhaltungsvideos sind meistens gelb und deswegen kann man das jetzt nicht behaupten. Was man aber behaupten kann, da stehe ich auch komplett dahinter. Ich wusste ganz genau, dass wenn ich so ein Video hochladen werde, es wird Platz 1 in die Trends kommen. Es wird viel Aufmerksamkeit ziehen. Was ich aber nicht gedacht hätte, dass große YouTuber, teilweise Vorbilder von mir darauf reagieren werden, sich von mir abwenden werden. Bro, das Ding ist, natürlich ist das, wenn man mit einem so hochgradig schwierigen Thema so jongliert und spielt und sagt, ich mach damit jetzt mal meinen Reibach und zieh mir damit ein paar Views und so weiter und so fort, Digga. Das war ganz klares Kalkül. Du redest hier gerade um den heißen Brei und entschuldigst dich nicht wirklich. Aufrichtig leid tut es dir nicht. Du versuchst dir gerade nur ein bisschen deine Haut zu retten, was ich schade finde. Weil ich erstmal davon wirklich angetan war, dass du gesagt hast, dass du das hier irgendwie ein bisschen verarbeiten möchtest und dich tatsächlich entschuldigen willst. Teilweise meine Mutter beleidigen werden. Das wollte ich auch nochmal klarstellen. Gut, das war dann wahrscheinlich Monte. Grüße geht raus an der Stelle. Lass die Mutter von Siemens in Ruhe, Monte. Ey, bitte beleidigt mich, okay, ich hab's verdient beleidigt zu werden, aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Auf Ehre. Bitte nicht auf Mutter. Was ich im Großen und Ganzen damit sagen will, dass ich diese Videos, also es haben auch andere YouTuber vor mir diese Videos hochgeladen. Das ist aber keine Legitimation dafür, Bro. Das ist keine Legitimation, nur weil andere es gemacht haben, dass du es auch machen darfst. Das ist ja, das ist ja in so vielen Kontexten nicht verständlich, Alter. Das ist in so vielen Kontexten, könnte ich jetzt ganz krasse Fallbeispiele nennen, wo genau sowas nicht funktioniert. Wenn jemand einem, wenn jemand einem in den Bauch sticht, dann darfst du den auch nicht in den Bauch stechen, nur weil es wer anders vorher gemacht hat, Digga. Also tut mir leid. Das verstehe ich nicht. Deren Namen ich nicht nennen werde. Deren Videos haben auch übel viele Klicks gezogen. Ich hab das... Gut, du bist jetzt leider das arme Würstchen, wo es zuerst aufgefallen ist, weil du halt die große Community dahinter hast. Das ist natürlich jetzt blöd, dass du diesen ganzen Hate abbekommst, aber stellvertretend für alle Leute, die so eine Scheiße machen, fickt euch. Fickt euch, Alter. Und auch fickt mich, dass ich das damals gemacht habe vor zwei Wochen. In einem ganz anderen Kontext. Ich hab nicht gesagt, da hat jemand Corona. Ich hab in den Titel geschrieben, wir bauen ein Krankenhaus gegen den Virus, und am Thumbnet stand irgendwie Corona. Ich erinnere mich nicht mehr drauf. Keine Ahnung. So, das geht aber nicht. Das geht nicht, Digga. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung, Mann. Das ist eine ernste Sache. Darüber macht man keine Jokes. Gesehen? Und ich bin so ein Mensch, ich mach gerne unterhaltsame Videos, beziehungsweise die zur Unterhaltung dienen. In Klammern, wie ihr es gerne betitelt, Fakes sind. Und das gefällt auch meinen Abonnenten. Das gefällt deinen Abonnenten. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, jeder muss ja selber wissen, wo er moralisch steht und wie er seinen Content gestaltet und sowas. Und ich entschuldige mich an der Stelle auch nochmal. Ich hab, glaube ich, gestern im Kontext gesagt, wir haben einen neuen YouTube Huso. Huso ist bei mir, das hat nichts mit deiner Mutter zu tun, Bro. Ich will deine Mutter auf keinen Fall beleidigen, Alter. Also alles in Ordnung. So, ich würde mich selber, ich bin selber ein Huso, aber Huso hat für mich einen ganz anderen Kontext. Ich verstehe voll, dass du da getriggert worden bist. Tut mir leid an der Stelle. Muss ich eingestehen. Muss nicht jedermann gefallen, aber meine Abonnenten unterhält es. Die Klicks stimmen auch. Du kannst es aber nicht damit rechtfertigen. Du kannst es nicht damit rechtfertigen. Ich meine, wie du deinen Content gestaltest und sowas, das ist dein moralischer Kompass. Wie der eingestellt ist, wissen wir mittlerweile. Das ist dein Ding so. Du fakest öfters Sachen und das ist noch nie so großartig bearbeitet worden und so weiter und so fort. Jetzt bist du halt auf die Schnauze gefallen, weil du es wirklich übertrieben hast. Du hast es überspitzt dargestellt. Du bist einfach in die Scheiße geritten. Aber das ist genauso wie ein Miguel Pablo Ding. Du hast jetzt einfach leider Gottes deine Glaubhaftigkeit und dein Gesicht hast du zumindest hier vor sehr, sehr vielen Leuten verloren. Das musst du dir einfach jetzt so reinziehen. Und ich denke mal, das wird eine lange Zeit dauern, bis du dieses Vertrauen zurückgearbeitet hast. So, deswegen finde ich nichts Verwerfliches dran. Aber dieses Video ist zu einer Million Prozent verwerflich. Und da ich davor schon eh mal in der Kritik stand, finde ich das auch völlig zu Recht. Ja, ich meine, wenn du vorher schon in der Kritik standst, warum machst du dann sowas nochmal? Warum gehst du dann nochmal hin und, und, und machst das Ding bis zum Gehtnichtmehr? Denkst dir so, egal, ich werde jetzt die ganze Zeit schon gehetet, jetzt kann ich mir eh alles erlauben. So funktioniert das nicht, Bro. Dass jetzt jeder seinen Senf dazu gibt und ich sag euch auch ehrlich, irgendwo habe ich diesen Hate auch verdient. Ich habe mich... Nicht irgendwo. Das ist kein Hate, das ist Kritik, die angebracht ist. Und die hast du tatsächlich verdient. Ich habe mich im Spiegel gestern Abend angeschaut und dachte mir so, Bruder, wie weit ist es denn gekommen, dass du über einen tödlichen Virus so ein Video machen musst? Da wieder der Poet, der sich im Spiegel anguckt. Interessant. So, das hast du doch gar nicht nötig. Du kannst ganz normale Fortnite-Challenges hochladen, die machen dieselbe Anzahl an Klicks. So, sei einfach dankbar. So, ich dachte mir so, wieso schmeißt du alles weg? So, wieso machst du so etwas für ein Video, was viel Reichweite bekommen kann, beziehungsweise wo du weißt, dass viel Reichweite bekommen wird, wenn deine normalen Videos auch immer mindestens 200.000, 300.000 Klicks bekommen? Verstehe ich vollkommen. Verstehe ich vollkommen. Ich meine, wie gesagt, es ist nicht einfach. YouTube ist halt sehr zahlengetrieben. Man überlegt da auch und man schaut auch viel zu oft aus deiner Zahlen und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen kann ich aber hier an der Stelle sagen, Alter, dass du es wirklich dieses Mal komplett übertrieben hast. Leider Gottes. Du hast es dieses Mal komplett übertrieben und bist einfach einen großen Schritt zu weit gegangen. Bei so einer Abonnentenzahl, das ist einfach nur geisteskrank. Dahingehend, ich wollte mich noch bei meiner Community entschuldigen. Wirklich, es tut mir so leid, dass ich so etwas hochgeladen habe und wisst ihr, dann ist meine Community auch noch so korrekt und steht hinter mir. Liked das Video. Das Video haben die geliked, weil du nach Likes gebettelt hast und gesagt hast, zeig diesem armen Jungen, der Corona hat. Die Leute, du hast mit den Emotionen gespielt. Du hast mit Mitleid gespielt. Die Leute stehen nicht zwangsläufig hinter dir, Digga. Hatet mich nicht mal für so ein Video, aber ich finde es, wie gesagt, ich will gar nicht, dass meine Community zu irgendwelchen anderen YouTubern geht und jetzt sagt, ey, wie kannst du ihn haten? Diese Hate-Videos beziehungsweise diese Videos, die mein Video in Kritik genommen haben, waren einfach zu Recht. Ich gestehe meinen Fehler ein. Das ist die Hauptsache. Ich will halt nur hoffen, Bro, dass es wirklich tatsächlich von Herzen kommt, dass du ehrlich verstehst, dass du da einen Fehler gemacht hast, weil du da eine moralische Grenze überschritten hast. Moral ist hier genau das richtige Wort und die hattest du an der Stelle hier nicht. Das ist einfach in einer Zeit wie dieser ist das hier einfach nicht in Ordnung. Leute sind verunsichert, Leute haben Angst, Leute begehen Handzverkäufe, es gibt Schlägereien in Supermärkten. Wir wissen nicht genau, wie wir mit diesem ganzen Virus umgehen sollen. Wichtig ist jetzt Aufklärung und du hast da einfach deinen eigenen Benefit rausgezogen. Du bist leider Gottes kein Stück besser wie die Leute, die Klopapier horten und das Verkaufen im Internet für mehr Geld. Muss ich an der Stelle sagen, du hast wirklich deine Chance hier gesehen und an der Stelle einfach wirklich versucht, wie mit einer Aktie zu spekulieren, ob das Ding nach oben oder nach unten geht. Und das Ding ist erstmal nach oben gegangen, das ist aber komplett gegen die Wand gefahren worden. Muss ich leider sagen, ist nicht in Ordnung. Ist nicht, ist nicht in Ordnung, aber ich finde es trotzdem gut, dass du deinen Fehler jetzt eingestehst und sagst, okay, ich habe hier Scheiße gebaut, ich will nur hoffen, dass es wie gesagt aus dem Herzen kommt und nicht irgendwie daher rührt, weil dich jetzt alle plötzlich in Kritik genommen haben. Ich kann jetzt auch nicht viel mehr machen, als mich einfach bei euch entschuldigen. Du kannst nachdenken, du kannst dein Konter im Nachgang eventuell dahingehend ändern. Ich finde es sogar gut, dass die YouTuber gehandelt haben und etwas gesagt hätten, weil was wäre als nächstes gekommen? Ich mache, schau mal, ich denke gar nicht dran, dass ich junge Zuschauer habe, die vielleicht auch diese Krankheit bekommen könnten. Jetzt scheint er doch relativ reflektiert zu sein, gefällt mir. Und dann wegen so einem Video dann richtig Angst haben. Natürlich, es war irgendwo ein Prank von ihm an mich, aber ich hätte das Video, das... Bro, das, guck mal, das kannst du mir nicht erzählen, dass dieser Typ dich geprankt hat. Du hast das mit dem Kerl abgesprochen. Bitte sei so ehrlich und sag das doch einfach. Sag doch bitte einfach, dass du das mit diesem Kerl abgesprochen hast. Es war meine Verantwortung. Ich bin meiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Ich hätte das Video von Anfang an gar nicht hochladen sollen. Es war einfach mein Fehler. Und wie gesagt, ich kann, ich kann mich einfach nicht. so eine Entschuldigung reicht nicht mal so. Ich weiß gar nicht, ich weiß also wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen werde. Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Mach eine ernst gemeinte Entschuldigung. Mach eine ernst gemeinte Entschuldigung. Setz dich mit den Kritikpunkten, die ich in diesem Video gerade gemacht habe, auseinander, Bro. Joke. Die Sache ist halt, wäre gestern Abend mein Bruder nicht bei mir gewesen, also halt Nate ist, wäre der Bruder nicht da gewesen. Mein Kopf, ich sag euch ehrlich, ich komme damit gar nicht klar. Natürlich, ich bin so ein Mensch, bei diesen Unterhaltungsvideos steht man eh schon genug in der Kritik. Sag nicht bitte immer Unterhalt, ja, eigene, 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 eigene Ansichtssache. Unterhaltungsvideos, schwierig in meinem Augen. So, aber diese Art von Videos gefällt mir. Natürlich kann mein Humor und meine Art auch so ausleben, aber diese Unterhaltungsvideos. Lieste das ab, falls ja, ist das, ich wurde dafür übrigens auch kritisiert, dass ich mir Sachen aufgeschrieben habe. Das macht man by the way, so wenn man in der Kritik steht und etwas bearbeiten möchte, dann schreibt man sich Dinge auf, das ist nicht verkehrt. Videos, wisst ihr, da kann man so richtig einfach auf die Kacke hauen und richtig übertreiben, wisst ihr wie ich meine? So, und die Videos, so, die, die kommen einfach gut bei euch an und ich dachte, die kommen nicht gut bei dir an, die kommen gut in deiner Tasche an, Digi. Ich wollte einfach eine gute Message damit vermitteln. Du wolltest eine gute Message damit vermitteln? Was ist denn deine, wo ist denn das eine gute Message gewesen, Digi? Auf der einen Seite denke ich mir, oh, geil, er hat es verstanden, er ist wieder deutlich reflektierter. Auf der anderen Seite, ich wollte eine gute Message vermitteln. Wo ist das denn eine gute Message, Digga? Wo wolltest du denn da irgendwas Gutes vermitteln? Du hast Scheiße gebaut, Alter. Da war keine gute Message dahinter. Die einzige Message ging direkt in deine Geldbörse. Ich habe sogar darüber geredet, wie wertvoll und wie kostbar unsere Lebenszeit ist, dass man die Zeit mit seiner Familie schätzen sollte. Gut, das wäre auch in dem Kontext, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass der junge Corona hat, das letzte gewesen. Also, ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, ja gut, dann hast du es halt, ha, 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 joke. Wenn du ihn da noch ausgedacht hättest, Digga, dann wäre komplett vorbei gewesen. Aber, ja, er sucht jetzt halt hier, zieht sich jetzt an Haaren irgendwas vorbei, äh, herbei. Schwierig, schwierig. Natürlich hat keiner was gesagt, aber ist auch verständlich. Das Video ging einfach gar nicht, war komplett cringe auch. Und ich sehe... Es war nicht komplett cringe, es war einfach moralisch verwerflich. Es war falsch, ganz einfach. Es war ein falsches Video. Ich gebe zu 100% meinen Fehler ein und wie gesagt, ich bin, ich bin sprachlos. Ich war noch nie in so einer Situation. Ihr wisst gar nicht, wie sehr Nathus mich überreden musste, dieses Video aufzunehmen. Ja, aber warum musste er dich überreden? Wenn das von dir kommt, dann musst du das doch selber reflektieren und sagen, ey, ich bin doch hier derjenige, der, der Scheiße gebaut hat. Ich, ich will das wirklich. Ich will, ich will das aufarbeiten und ich will, und ich habe verstanden, dass ich Scheiße gebaut habe. Weißt du, was ich meine? Ich habe teilweise zu Nathus gesagt, ich habe keine Lust mehr auf YouTube. Ich will aufhören und so. Ich bin so ein Mensch. Ich habe eine starke Persönlichkeit. Ich komme mit Hate. das wird... Bro, guck mal, ich mache das jetzt mittlerweile sieben Jahre und ich verstehe vollkommen. Ich habe das ja letztens in diesem Update-Ding gehabt, wo ich mich ein bisschen zu sehr auf seine Seite gestellt habe, tatsächlich, weil das Ganze nochmal in meinen Augen dann auch nochmal reflektiert wurde und ich dann auch nochmal drüber nachgedacht habe. Ich bin auch ein sehr sachlicher Mensch und ich verstehe vollkommen, dass der Hate einen in diese Ecke drängt und man sich dazu nochmal rechtfertigen möchte. Man möchte seine Gedanken austragen und so weiter und so fort. Aber ich bin ehrlich und ich will dich damit jetzt nicht zu sehr angreifen. Vielleicht kommt das hier aber auch nicht richtig rüber oder vielleicht nehme ich es auch nicht richtig auf. Ich merke nicht wirklich, dass du hier reflektiert hast und verstanden hast, was der Kern des Problems ist. Nämlich, dass du mit den Angst und den Emotionen der Leute gespielt hast und hier gerade in diesem Hype, das ist ein Virus, sondern kein Hype, aber du hast es zu einem Hype gemacht und bist halt hingegangen und hast halt mit diesen schwierigen Emotionen in dieser schwierigen Zeit gespielt und das ist nicht in Ordnung und das ist einfach nicht in Ordnung und das ist das grundlegende Problem. Das grundlegende Problem ist nicht, dass du ständig Unterhaltungsvideos machst für deine jungen Zuschauer, wo du tatsächlich ganz, ganz viel Fortnite-Gefake und so weiter und so fort machst. Das ist nicht das Problem. Das ist sicherlich deine Sache und das können sich auch Leute reinziehen, das ist mir egal, aber du bist hier auf jeden Fall über eine Grenze geschritten und das ist eine Grenze, die darf man nicht überschreiten. Es gibt Dinge, die sind einfach in diesem Kontext anders zu handhaben. Das hast du hier leider nicht gemacht. Deswegen sage ich auch, so beleidigt mich so viel ihr wollt. Danke für die zwei Gerte Zapps, Jonas. Geht nur nicht auf Mutter, aber irgendwo trifft es mich auch. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, irgendwo trifft es mich auch. Könnte ich das rückgängig machen, würde ich es natürlich rückgängig machen. Es geht aber leider nicht so. Im Nachgang ist man immer schlauer, ne? Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Ich muss einfach aus diesem Fehler lernen, so. Ich bitte auch gar nicht um Vergebung, so. Ich sage euch ganz offen und ehrlich, an die ganzen YouTuber, die auf dieses Video gerade reagieren, Danke, dass ihr mich drauf aufmerksam gemacht habt. Immerhin ist das eine ehrliche Herangehensweise. Ja, schwierig. Tut mir leid. Ich werde wirklich versuchen, beziehungsweise nein, nicht mal versuchen. Ich werde nie wieder mir so einen Fehler unterlaufen lassen. Ey. Das macht mich einfach fertig. So, und jetzt merke ich tatsächlich, dass es ihm wirklich nahe geht. Jetzt merke ich wirklich, dass er, glaube ich, in dem Moment nochmal reflektiert hat. Verstehe ich. Ich bin euch ganz offen und ehrlich. Es macht mich einfach fertig, weil ich einfach die Leute, die so krass hinter mir stehen, enttäuscht habe und einfach meiner Verantwortung nicht gerecht geworden bin. Und ein Prank, wie kann man einen Prank über ein Virus machen, der tödlich ist? Natürlich, bei den meisten von uns ist er nicht tödlich. Aber der Punkt ist, dass er bei vielen tödlich ist und das ist zurzeit das Thema. Gut, da jetzt rein informell jetzt wieder ein bisschen schwierig, Alter, was du da sagst. Aber ja, get your point. I get your point ist jetzt vielleicht nicht faktisch ganz gut aufgearbeitet, aber ich verstehe, was du mir sagen willst. Und ich nutze es halt einfach für Klicks aus. Und genau diese Message hat mir gefehlt. Ich nutze es einfach für Klicks aus. Das wollte ich die ganze Zeit hören. Warum brauchst du dafür acht Minuten und sechs? Ich sag euch ganz offen und ehrlich, ich will mich nicht wiederholen, aber ich finde es einfach gut, dass jetzt dieser Punkt gekommen ist, weil ich nicht weiß, bis wo diese Unterhaltungsvideos dann noch gegangen wären. In irgendeinem Video hätte ich dann wahrscheinlich meinen Tod vorgespielt. Yo, Nates, lass mal... Vielleicht war das sogar geplant von dir, ja? ...vollerst einen Stock springen und lass mal so tun, als ob wir sterben wahrscheinlich, oder? Nee, es tut mir einfach wirklich leid, dass ihr euch so eine Rotze geben musstet. Ich will das Video jetzt nicht irgendwie auch auf zehn Minuten oder so strecken. Danke an jeden Einzelnen, der mich bisher unterstützt hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein nächstes Video geben wird. Und es tut mir leid, falls ich euch enttäuscht habe. Tschüss. Lass mich davon jetzt nicht unterkriegen, Alter. Mach weiter deinen Scheiß, wenn du möchtest. Wichtig ist, dass du daraus was gelernt hast, dass du verstanden hast, dass es halt bestimmte Dinge gibt, über die man halt nicht schreiten darf, über die man so nicht sprechen darf, die man so nicht ausnutzen darf. Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Dinge, die einfach zu weit gehen. Ich hoffe, dass du das verstanden hast. Was du mit deiner Community machst, ist mir egal. Ich möchte nur, dass du abends vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenkst, welche Leute dich wirklich schauen, welche Leute du da unterhältst und was du diesen Leuten auftischst als Fiktion und als Wahrheit. Vielleicht solltest du wirklich sagen, von vornherein a la X-Faktor oder sowas oder a la, ich weiß nicht, a la Ghostwatch. Hier, das ist eine Sache, die basiert auf fiktionalen Ereignissen und dient lediglich der Unterhaltung. Dann passt das. Ich wünsche mir sowas manchmal. Wisst ihr, dass man erkennen kann, tatsächlich was dahinter steht. An der Stelle schauen wir mal, wie es weitergeht mit dir. Alles Gute wünsche ich dir und bau keine Scheiße mehr. Genau.